Ja, dann kommen wir zum Eingeben von Text im Publisher. Natürlich, wenn ich jetzt einfach zu schreiben beginne, entsteht automatisch ein großes Textfeld, das hier auf dieser Seite aufgezogen ist. Dann bringt es mir aber eigentlich keinen Vorteil, weil ich muss dann so wie im Word nach unten schalten, wenn ich da unten Text eingeben will. Und deshalb ist es besser, wenn ich das Ganze anders mache. Also man klickt hier auf Textfelder stellen, gibt hier entsprechend Text ein und der ist da entsprechend drin. Man kann diesen Text auch entsprechend formatieren, so wie man es aus Word gewohnt ist. Man kann sogar Spalten hier eingeben entsprechend, je nachdem wie groß dann dieses Textfeld entsprechend ist. Und man kann sogar hergehen und sagen, wenn dieses eine Textfeld zu klein wäre, ich mache mal das hier kleiner, dann entstehen an den Rändern rote Punkte und Kästchen. Das ist praktisch der Hinweis, dass dieser Text hier da unten verschwunden ist. Da ist noch Text drin, der nicht sichtbar ist. Dann muss ich hier draufklicken. Dann habe ich hier so einen Eimer und kann daneben klicken. Da geht dann praktisch ein zweites Textfeld auf. Und je nachdem, wenn ich hier in diesem Textfeld noch was ändere, dann schiebt sich das im anderen Textfeld nach unten, weil praktisch die beiden Textfelder miteinander verkettet sind. Ja, was kann ich noch machen? Ich kann unter Ansicht zum Beispiel das Grundlinienraster noch einstellen. Das hat dann den Vorteil, wenn ich jetzt nebeneinander Textfelder habe, kann ich hergehen und sagen, hier bei den Zeilenabständen an Grundlinie ausrichten. Und jetzt habe ich den Text hier an der Grundlinie ausgerichtet. Das mache ich hier in dem Textfeld auch an den Grundlinien ausrichten. Und wenn ich jetzt die nebeneinander schiebe, dann habe ich den Vorteil, dass dieser Text in zwei verschiedenen Textfeldern genau auf der gleichen Höhe ausgerichtet ist. Das sieht einfach viel besser aus. Ja, ich kann so ein Textfeld, ich mache mal das hier schnell mal wieder weg, Grundlinien, ich kann so ein Textfeld auch entsprechend einfärben mit einem Fülleffekt. Wenn ich aber dahinter zum Beispiel ein Bild oder eine Form habe, dazu muss ich natürlich hier rausgehen, also irgendeine Form mit einem Smiley in einer anderen Farbe und natürlich hinten. Und ich möchte, dass das so ein bisschen durchscheint, dann kann ich hier entsprechende Transparenz einstellen, indem ich hier mit einem Rechtsklick auf dieses Textfeld draufgehe. Wie gesagt, es muss eine Farbe zugewiesen worden sein. Dann kann ich sagen, Textfeld formatieren. Und ich kann jetzt hergehen und bei der Transparenz, das Ganze ein bisschen erhöhen. Leider sieht man nicht die komplette Auswirkung beim Einstellen, aber ich habe hier die Möglichkeit, ein bisschen die Farbe zu reduzieren, um praktisch Inhalte, die hier hinten auf der Seite drauf sind, kann ja auch großformatige Bilder in den Hintergrund setzen, dass hier ich die Transparenz erhöhe, sodass praktisch das, was hinter diesem Textfeld ist, dann noch sichtbar ist. Okay.